Ich glaube, momentan würde ich mir eher die Ampelkoalition wünschen, da ich da mehr die Bedürfnisse der momentan schwierigen Situationen vertreten sehe, sage ich jetzt mal. Auch wenn es jetzt nicht so den Anschein hat. Ich glaube, in der längerfristigen Situation hat es eher einen Vorteil für uns. Die Ampelkoalition wünsche ich mir eher, weil ich die Jamaika-Koalition mit der CDU und den Grünen, ich glaube, das wird nicht gehen. Und deswegen hat die Ampelkoalition auf jeden Fall bessere Karten und eine große Koalition auf gar keinen Fall mehr. Ich würde mir lieber die Ampel als die Jamaika-Koalition wünschen, weil ich finde, dass die SPD und Olaf Scholz an die Spitze gehört. Auf jeden Fall die Ampelkoalition würde ich mir wünschen. Mit Jamaika-Koalition hätte ich so meine Probleme, weil ich denke, dass die CDU im heutigen Zustand kein guter Partner für Koalition ist. Zur Jamaika- und Ampelkoalition stehe ich mit gemischten Gefühlen. Ich sage mal, das Problem ist immer vor der Wahl und nach der Wahl. Die Versprechen werden meistens nicht so eingehalten, wie sie vorher versprochen werden.